herzlich willkommen hier auf dem kanal von lucky bricks ich bin der richard von der steinküste und darf euch heute hier auf diesem kanal wieder ein set von lego vorstellen und zwar ein lego icon set mit der nummer 10 497 vom 1.8 2022 der galaxy explorer und diejenigen von euch die jetzt mein kanal auch verfolgen werden schon gemerkt haben und warte mal es hat er doch schon auf seinem kanal vorgestellt er ist richtig tatsächlich ist es so aber lucky bricks wollte auch ein video für sich haben für deren archiv und da dachte ich mir jetzt kann ich schaden und ich habe sogar in meinem video vergessen euch etwas zu zeigen tatsächlich wie sträflich das werde ich hier in dem video nach eine kleine nette spielfunktion die ich wirklich unterschlagen habe kommen wir uns mal die verpackung haben das ist ja so ein retro set quasi gewesen zum 90 jährigen jubiläum von lego 90 years of play haben sie als erinnerung an ein set von 1979 auf den markt gebracht damals kam der originale galaxy explorer raus mit der nummer 497 in deutschland gab es die setnummer 928 und 497 ist auch hier in der setnummer drin also so eine kleine homage daran haben sie hier gemacht genau ist nicht das gleiche ding sieht ein bisschen anders aus sah früher anders aus aber es ist eben nur marschal die verpackung deswegen auch in diesem gelb gehalten so wie früher die boxen waren da stand hier glaube ich legoland drauf oder so von hinten sieht dann so aus verschiedensten funktionen ich finde schön dass es keine klassische 18 plus verpackung ist die sind immer so ein bisschen langweilig dann nehme ich mal die verpackung hier vorm tisch herunter und wir werfen mal einen blick auf den explorer und das ding was ich unter meinem video gesehen habe hat tatsächlich so ein bisschen die gemüte gespalten ich habe es als sehr gut und sehr toll empfunden mir gefällt es auch sehr gut ich finde es sehr toll viele sagen aber das tat es furchtbar hässlich und kein wunder dass es jetzt vom markt geht und ich frage mich eher warum geht denn das vom markt ist doch total cool ja offenbar sind hier die geschmäcker sehr verschieden und ich muss sagen ich glaube wirklich dass es gar nicht so gut gelaufen ist bei lego denn zum zeitpunkt dem ich das video aufnehmen gibt es das noch bei lego es geht ende 2023 vom markt aber man kann immer noch fünf stück davon gleichzeitig bestellen bei sets die gefühlt schneller und besser laufen bei lego ist die menge der bestellbaren sets teilweise nur bei zwei und drei manchmal auch nur bei einem set zwar selten aber manchmal auch das und hier kannst du immer noch fünf bestellen also vielleicht lief das doch gar nicht so gut und vielleicht ist es wirklich nur so ein special interest thema und deswegen geht es auch nach einem jahr bereits vom markt was ich aber daran sehr gut finde ist dass alles bedruckt ist und dass es so einfach gebaut ist und trotzdem so viel spielfunktion bietet mir gefällt das sehr und ich finde das sehr sehr cool aber schauen wir doch noch mal selbst und ihr könnt ja noch mal eure meinung hier zu dem set unten drunter schreiben wie ihr das so seht und was euch daran gefällt oder ob ihr auch sagt ja es ist eigentlich wirklich nicht cool endlich geht es weg ja genau würde mich sehr interessieren also von vorne so das was ihr seht sind alles druck ich habe keine aufkleber drauf auch an drin das cockpit alles drucke unsere figuren sind die klassischen figuren von damals mit den normalen gelben gesichtern die ich sehr gut finde hätten es von mir aus nie ändern müssen aber ich finde auch die neuen mit richtigen gesichten auch nicht schlecht auch gut aber die hätten es für mich auch getan einfach freundlich grinsende kleine minifigürchen sehr schön aber die zeiten entwickeln sich ja weiter und dann gibt es natürlich auch andere figuren irgendwann so das hier kann ich auch aufklappen auch da hätten alles drin drucke 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 alles voll mit drucken ja wir können hier unten die landefüßchen einklappen wir sind sie komplett weg und ich habe ein komplett flacher schiff das geht auch ich bin übrigens erstaunt wie stabil das ding ist obwohl das so dünn ist hier vorne aber es doch relativ stabil hier muss ein bisschen aufpassen das geht ein bisschen ab wenn man daran zieht und zu doll dran fest aber ansonsten sehr stabil beste spielfunktion für mich ist das hier hinten dass ich das hier aufklappen kann ja ich lande ihm mal so dass ich es aufklappen kann und hier jetzt quasi das runterklappen kann eine rampe rausziehen kann und dann der buggy raus fährt aber erst wenn die rampe wirklich unten ist und oben wird er gesperrt und blockiert es dann nicht vorher herauskommt so eine simple coole spielfunktion finde ich einfach nur fantastisch hier drin ist noch eine schiebetür damit ich auch logisch von a nach b komme und dann haben wir hier nette funktionen so und was ich eigentlich komplett unterschlagen habe ist dass ich also in meinem letzten video was ich dazu gemacht hatte dass ich hier die triebwerksgondeln abnehmen kann dann kann ich die umdrehen und hier sind vier noppen drauf und zwei hebelchen da kann ich figuren drauf platzieren und dann können die dann durch die gegend düsen die geht nur ohne schwerkraft ja sonst hat das sind keine tragflächen aber es geht halt und das ist total cool das habe ich natürlich vergessen zu zeigen im letzten video aber jetzt habe ich es hier einmal erwähnt und dann ist gut ich kann es wieder draufsetzen und dann habe ich wirklich in so einem relativ überschaubaren und doch transparenten set wo man sagen könnte ja gut da ist ja nicht viel dran was kann das schon sehr viele spielfunktionen drin die wirklich cool sind und die mir sehr viel freude bereiten als erwachsener vielleicht einem kind auch gar nicht vielleicht auch nicht jedem erwachsenen offensichtlich mir aber schon weil so minimalistisch und da steckt so viel drin das ist wirklich hohe kunst wie ich finde das hohe kunst siehst es einfach nicht und da war es nix und da kommt sowas bei rum dann gibt es andere setze da war das total viel was denn da alles dran und dann merkst du aber nachher das ist nur eine leere fassade da ist nicht viel los und das ist dann wirklich schade und das ist hier eben nicht so das ding ist übrigens brick build hier hinten der pfeil da unten ist so ein nexonite schild so ein weißes und hier mit slopes eben dann diesen pfeil dargestellt cool war früher glaube ich ein aufkleber sogar ich weiß nicht genau den druck ich weiß nicht genau das gab es damals auch aber jetzt ist das brick build das war früher nicht brick build genau und das ist ja der galaxy explorer der ende 2023 leider oder endlich zum glück vom markt geht ich glaube ja das set ist nicht nur für erwachsen gedacht damit können auch kinder spielen aber ihr könnt eure meinung dazu ja mal unten drunter in die kommentare schreiben auf jeden fall ist es als vitrine und ausstellungsstück grundsätzlich gedacht ich hoffe euch hat das video gefallen und wir sehen uns bestimmt ganz bald in einem nächsten video wieder entweder hier auf dem kanal oder auf meinem eigenen bis dann sage ich wie immer alles gute und tschüss hier aus eurem nostalgischen legolan des vertrauens